Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Mein Name ist Ji aus dem Crypto Café. Ich bin euer Crypto Trainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen, definitiv keine Finanzberatung. Ja, heute kommt der versprochene zweite Teil oder zwei von x Teilen. Wie immer werde ich euch unten alles verlinken unter meinen Videos, dass ihr die anderen auch euch angucken könnt. Der erste Teil war eher so für Leute, die nicht sehr lange im EU-Farming drin sind, zum leicht verstehen, was Solidly ist. Und der zweite Teil ist jetzt eher ein Deep Dive in die Mechanismen, die bei Solidly wirken. Und legen wir los. Also, Inhaltsübersicht kurz. Die Kapitel, die werde ich auch entsprechend mit Zeitstempel versetzen in dem Video, dass ihr direkt zu den einzelnen Punkten hinspringen könnt, falls ihr euch praktisch das Video nicht von vorne bis zum Ende durchgucken wollt. Aber ich kann definitiv empfehlen, das Ganze von vorne bis zum Ende durchzugucken, denn vieles baut aufeinander auf. Und ja, legen wir los. Das erste ist natürlich die Tokenomics von Solidly. Es gibt leider nicht so ein Whitepaper, wie es bei vielen Projekten ist. Aber ich konnte nach ziemlich langer Suche im Internet einiges für euch auffinden an Daten. Das erste ist natürlich, dass die mit 20 Millionen geairdroppte Token gestartet sind. Ihr kennt ja, als sie im Januar diesen Snapshot gemacht haben, welche Projekte die Top 20 waren in dem Phantom-System. Die haben dann entsprechend in erste Charge sozusagen die Token bekommen und an der Stelle auch nicht die Token selbst, sondern tatsächlich als NFTs bekommen, wo die Token drin gelockt sind. Und das sind nicht wenige. Da kommen wir auch gleich zu. Und seit der Geburt ist die Emission bei 20 Millionen pro Token pro Woche. Das entspricht 100%. Das wäre dann praktisch der Wert, von dem wir ausgehen, also der Basiswert. Und die Gesamtmenge an Token, die es jemals existieren kann oder geben werden kann, könnte, möglicherweise, ist unbegrenzt. Das heißt, das ist ähnlich wie bei Ethereum. Solange gemintet wird, erhöht sich die gesamte Anzahl der Token einfach. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Da gucken wir uns das später an. Und die Emission, die wird aber reduziert, ja, wöchentlich. Und zwar, das ist beim nächsten Punkt erst. Aber die Emission wird in erster Linie reduziert dadurch, wie viele Leute ihren Token locken. Ihr wisst ja, diesen Token, den kann man, solange der nicht gelockt ist, wie jeder andere Token auf jeden anderen möglichen Exchange swappen, gegen alles andere. Aber der hat an der Stelle außer spekulative Wirkung auf den Preis des Tokens, keine anderen Wirkung. Aber wir reden hier von dem Solid-Token. So, und der Token hat erst dann, entfaltet erst dann seine volle Wirkung, wenn man den lockt, ja, da kommen wir später zu. Und durch das Locken des Tokens in einen NFT, kannst du ja den nicht mehr vor Ablauf der Lockzeit wieder entlocken. Das heißt, der wird komplett aus dem Markt genommen. Und je mehr Token von der gesamten, die im Umlauf sich befinden, gelockt sind, ja, desto weniger ist die Emission. Ja, das heißt, wenn zum Beispiel 10% der gesamten Menge, die im Umlauf sind, gelockt sind, dann ist die Emission nur 99%. Ja, wir gehen von der ersten Woche aus, von diesen 20 Millionen, dann sind es nur 18 Millionen, die herausgegeben werden. Und bei 50% seht ihr schon nur 10%. Und wenn tatsächlich 90% aller Token, ne, die schon draußen sind, gelockt sind, dann ist die Emission noch zu 10%, ja. Das, äh, warum das so ist, hängt einfach davon ab, ja, dass es an der Stelle keinen Grund gibt, ne. Ähm, diese Emission, ihr wisst ja, wie bei allen anderen Plattformen, Uniswap, Sushi, Pancake und so, dient ja dazu, praktisch neues Kapital anzulocken, ja. Das ist ja für die Liquidity Provider, damit eben die, das Geld am Anfang schnell reinkommt. Das haben wir ja auch gesehen, hat ja auch geklappt, ne, Innerhalb zwei Wochen, äh, nicht zwei Wochen, zwei Tagen ist die, äh, TVL auf der Plattform auf über zwei Milliarden hochgeschossen, ja. Das ist, äh, das ist enorm und das sind zwei Tage. Und, ähm, wenn die Leute jetzt da sind, ja, praktisch, weil die diese Emission abgrasen wollen und diesen Token, ne, normalerweise hat der Token ja keinen Nutzen, außer, dass man den auf dem Markt dumpft und gegen richtiges Geld, also in Anführungsstrichen richtiges Geld, ne, zum Beispiel, äh, Phantom, das wäre eben der, 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 die Chain selbst, ja. oder tauscht oder sogar gegen Stablecoins, wo Bitcoin Ethereum, ja, dass man den tauscht, weil, ne, der hat ja keinen anderen Nutzen, aber bei denen ist es natürlich so, du kannst natürlich den Token locken und dadurch eben noch mehr Rewards bekommen. Und das kann viel, viel mehr werden, als nur die Emission selbst, ja. Und deswegen inzentivieren die, die eben die Leute, die Token zu locken, ja, nämlich, dass die auf, die, praktisch auf die alternative Einnahmeschiene umschwenken, trotzdem liebkürliche Providing betreiben. Das heißt, die sammeln trotzdem bei 50 Prozent, ja, weiterhin Emission des Tokens, aber dadurch, dass sie die emissionierten Token nochmal locken, erhöhen die nochmal ihre eigene Rendite. Das ist diese, ne, die sagen, das Flywheel, ja, das fliegende Rad, ja, das schraubt sich von selbst immer weiter in die Höhe. Das ist die Idee. Und jeden Donnerstag, Mitternacht, wird die neue Emissionsrate, ne, festgelegt, anhand dessen, wie viel aktuell gelockt sind, ja, oder nicht gelockt sind. Und zusätzlich reduziert sich die Emission, sag ich mal, selbst wenn die Anzahl der Glocken sich nicht verändert, um zwei Prozent pro Woche, ja. Ziel ist es eben, nach circa drei Jahren, also 166 Wochen, die Emission so weit runter zu kriegen, dass man bei, ich glaube, ich habe das so untergerechnet, das sind 700.000, ja. Also statt 20 Millionen Token pro Woche sind nur noch 700.000 Token pro Woche. Und danach steht zumindest in der Handbücher, oder in der einen Beschreibung, Handbücher gab es ja keine, dass die Emission trotzdem weitergeht, aber nur noch ganz, ganz schwach, ja. Und da ist dann nämlich, oder zumindest sollte das so sein, ja, dass nach drei Jahren die eine Milliarde, ne, an Tokengrenze erreicht ist. Und, äh, das, diesen Abschnitt hier habe ich gelb angemalt, ja. Da kommen wir am Ende der Folge, da habe ich offene Frage extra gesammelt, ja. Und zwar nämlich, wie diese Token-Emission aussieht, ob ein Teil in die, ne, gelockten hineingehen, oder ob das irgendwie auch bewahrt wird, oder so. Da habe ich leider keine Informationen zu gefunden. Auch in alternative Discords, ja, von, zum Beispiel von anderen Plattformen, die darauf aufbauen, konnte ich heute im Laufe des Tages keine Antwort finden. Ja. Lassen wir es mal auf in den Punkt. So, so, Tokenomics Teil 2, ja. Wir haben aktuell, oder heute, wo ich die Folge gemacht habe, äh, ist der erste dritte, also der erste März 2022, ja, und wir haben circa 25 Millionen gelockte Token, ne. Das könnt ihr hier in dieser, unter dieser Adresse nachschauen, ähm, werde ich auch unten in, in, in die Beschreibung reinpacken. Und 20 Millionen davon sind natürlich, ne, das, was initial an die größten Protokolle des Chains verteilt worden sind, ja. Und die Initialverteilung, also diese, was verteilt worden ist, sind alle auf vier Jahre gelockt, ne. Aber, da kommen wir auch noch zu, da gibt es einen kleinen, da gibt es einen ganz kleinen, ähm, Punkt, ja, der mir ein bisschen verdächtig vorkam, aber hat sich aufgelöst. Und Solidex ist natürlich eins der größten, sag ich mal, Aggregator, oder zusätzliche Plattformen, die da drauf basiert, nochmal, ja. Die hat eben an der Stelle aktuell 6,75, also circa ein Drittel der gesamten, äh, von diesen Initialtoken gesammelt, ja. Und ist also eine ziemliche Großmacht in der, in der Solid-Ökonomie. So, das ist auch schon die Liste, die habe ich, ähm, aus dem Netz gezogen, ja. Ja, wo was, ähm, hingegangen ist. Und zwar wurde alles so Anfang Februar gedroppt, ne, wo es nachdem es bekannt gegeben hat, wurde, und hier seht ihr die Adressen, ja, wohin jeweils wie viele Token, Solid-Token gegangen sind, ja. Das seht ihr, von unten nach oben steigend. Und natürlich Current Amount, ja. Ich bin in die, ähm, in die NFT, also, ne, ihr könnt ja in den Contract reingehen, jeweils den Token-Nummer eingeben, also, ne, weil die sind ja nicht frei. Die wollen ja nicht als freie Token an die Plattform gehen, sondern in Form von NFT, ja. Und man kann eben bei der NFT-Abfrage gucken, wie viele Token in den NFT-Projekten drin gelockt sind. Und die seht ihr hier, ja, aktuell. Und die ist jeweils um circa 8% schon höher als der Initial Solid, ja. Ich gehe davon aus, dass das daher kommt, dass wir mindestens schon ein oder zwei Emissionen hinter uns haben und dadurch, ne, ähm, diese höheren D-Tests zu scheinen gekommen sind, ja. Und dann ist mir natürlich aufgefallen, oder, ne, fällt euch vielleicht auch auf, dass wir hier in der Liste mehrere große Protokolle, ne, die natürlich diese NFTs bekommen haben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Protokolle, ja, die sind plötzlich auf 0, ja, deren NFT ist auf 0 gegangen. Und da habe ich gedacht, oh, Mist, ja, wenn die größten Protokolle jetzt schon anfangen, ne, ihren NFT zu dumpen oder zu verkaufen oder aufzulösen, ja, was ist dann, ja. Vor allem ist mir da so eine Idee gekommen, vielleicht haben die, ne, praktisch nach dem Motto, wir stecken alle unter einer Decke, wir wollen uns alle gegenseitig bereichern, ja. Haben die die Token so ausgeschüttet, dass die nur auf zwei Wochen gelockt waren, ja. Noch bevor praktisch die Kleinanleger drin sind oder gerade als die reinkommen sind, ne, dass die schon ihren Token entlocken können und diese dumpen können, ne. Da habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein, ja. Und da habe ich ein bisschen weiter geforscht für euch auf der Chain. Und hier ist auch den Link dazu, werde ich auch unten rein posten. Und da habe ich herausgefunden, diese acht Protokolle oder diese sieben Protokolle, deren NFT jetzt auf 0 sind, ja, ist tatsächlich so, dass die die Token alle zusammengeführt haben auf diese, ne, Adresse. Und diese Adresse gehört eben Solidex, wie wir hier, wie ich hier eben, ne, beschrieben habe. Der hat praktisch, ähm, aus irgendeinem Grund, das könnt ihr, wenn ihr wollt, gern als Hausaufgabe für euch mal angucken, ja, wen diese Adressen alle gehören, also welches Protokoll an der Stelle seine Token, äh, oder seinen Anteil praktisch an Solidex abgegeben hat. Und Solidex hat eben statt, ne, anfänglich 812.000 Token jetzt plötzlich ein NFT mit über 8,8,5 Millionen Token wert drin, ja. Und auch anhand des Datums könnt ihr sehen, am 26. Februar haben die wohl diesen neuen Token erstellt und der ist für vier Jahre gelockt, ja, eben auf 2026. Und alle anderen sind, ne, wie ihr seht, auf 5. oder 19. Februar. Das heißt, da gibt es noch einige, ähm, drei, an der Stelle drei andere Protokolle, die ihren Token praktisch geupdatet haben, ja, weil man kann den NFT halt nicht vorzeitig entlocken, aber man kann die Zeit nach hinten noch mehr verlängern, wenn man möchte. Ja, das ist dieser, dieser, ähm, kurze Panik, den ich hatte, ja, aber hat sich wie in der Luft aufgelöst. Das heißt, die stecken alle noch sehr weit drin, ne, die großen Protokolle, zumindest mit ihren NFTs. Und, ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben die Emission, ja, die Emission praktisch die Ausgabe, die wöchentliche Ausgabe von neuen Token, ja, an die Liquidity Provider. Und das ist eins der wichtigsten Punkte, ne, was der andere Conny auch gesagt hat, was er lösen wollte. Das ist das große Problem bei traditionellen Farmen, dass diese Verwässerung vorhanden ist, ja. Das heißt, ähm, egal wie viele Token ihr habt, ja, ob ihr jetzt als Wahl da unterwegs seid oder als Kleinanleger, dadurch, dass immer neue Token emissioniert werden, also herausgegeben werden, ja, das ist wie Geld drucken, verliert halt euer Token an, an Kaufkraft, ja, theoretisch Kaufkraft oder an Wert. So, und wie hat er das jetzt gelöst? Naja, ähm, wir gehen jetzt mal vom einfachen Beispiel aus, ja, um es besser zu verstehen. Wir haben zehn Token im gesamten Markt, ja, und neun Token sind, sag ich mal, gelockt, ne, ähm, das sind diese neun Teile, gehören neun unterschiedlichen Entitäten, die haben jeweils ein Token, ja, und die haben die alle gelockt, so. Und wir haben ein Token, das ist ein Zehntel, also zehn Prozent, die frei auf dem Markt, ne, gehandelt werden kann. So, und nach einer beliebigen Zeit, sagen wir drei Jahre, äh, zwei Jahre oder vier Jahre ist es natürlich so, ja, dass durch diese, ne, zusätzliche Token-Ausgabe wir jetzt 20 Token insgesamt im Markt haben, also, ne, die gesamte Menge ist jetzt 20 statt 10, und sofern diese neun Entitäten ihren Token nicht verkauft haben, also ihren NFT nicht aufgelöst haben, ne, haben die jetzt in jedem NFT, und das ist auch das, was ihr hier seht, ne, die Menge ist bei jedem gestiegen, ja, obwohl die NFTs nicht aufgelöst worden sind. Das heißt, die, die Anzahl an Token, die in dem NFT drin stecken, die bei der Auflösung des NFTs zurück an den Halter gehen, die steigt in der Zeit, ja, und das ist dieser Punkt, ja. Das heißt, egal wie viele Token insgesamt rausgegeben werden, die, der prozentuale Anteil an dem gesamten Ökosystem ist für alle, die ihren Token gelockt haben, immer identisch, ja. Das heißt, ob das 20, 50 oder 100 Token sind, die, diese neun Leute hier, ja, die werden immer jeweils 10% an dem gesamten Markt halten. Das ist genau das Gegenteil, wie zum Beispiel bei, bei Olympus oder Wonderland oder Klimadao, ne, weil dort ist ja die Verwässerung extrem stark, ja. Und wenn du eben diese neuen Token, die rausgegeben werden, nicht, äh, also deinen Anteil nicht erhöhst, ne, verlierst du natürlich den Anteil an dem gesamten Markt, ja, obwohl sich natürlich auch bei dir, ne, diese, diese, äh, Menge in sich erhöht. Das löst dieses, äh, Problem, ne, mit den, mit den Locken. Und, äh, ja, kommen wir zum nächsten. Emission. Die Projektion. Ich habe hier einige, einige, also drei Stück, sag ich mal, ja, mögliche Zukunfts, ähm, Verläufe aufgezeichnet, die ich meiner Meinung nach theoretisch, ne, so kommen könnte, aber es sind eben sehr starre Zahlen, das heißt, es wird sicherlich nicht die, die Menge gelockt, immer bei 25 oder immer bei 50 bleiben, ja. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwanken, ein bisschen hoch, runter, so nach dem Motto. Aber, wie gesagt, das sind nur so drei, äh, grobe Richtschnur, ja. Aktuell 20 Millionen, ne, Starting Supply. Wir haben bei, ne, 100% nicht gelockten 20 Millionen zusätzlich, ne, Token, die pro Woche dazu kommen. Hier steht die Woche, nach welchen, wie vor Wochen. Und, das ist, das wäre dann der Supply nach so viele Wochen. Und, sag ich mal, bei 25% gelockt, ja, hätten wir dann theoretisch am Ende, also nach einem Jahr eine Rendite von 33.000, äh, 33.100, also 3.000%, ne, für 30, 33-fach, wenn sich natürlich der Wert von Token nicht verändert. Bei 50% haben, seht ihr schon, wären wir bei 2500% und bei 75% der gelockten Token, ähm, nein, sorry, ich habe mich in der Spalte vertan. Also, wenn nichts gelockt ist, wären wir bei 3300%, genau. Wenn wir bei 25% gelockt sind, wären wir bei 2025-fach, bei 75% gelockt, ja, der Solid Token, wären wir nur noch bei 9-fach, ja, nach einem Jahr. Ja, und selbst 9-fach ist natürlich eine große Menge, ja, und, ähm, der Punkt ist natürlich diese Frage, ja, die ich hier vorne auch gestellt habe, ähm, die ich bisher noch nicht klären konnte, ne, denn, wenn eben 75% der Token gelockt sind, ja, ist natürlich einerseits die Token, ja, die herausgegeben werden, viel weniger, ja, ihr seht ja, das ist, ähm, viel weniger, 25% nur noch von der Initialmenge, von den 20 Millionen. Und der zweite Punkt ist natürlich, von diesem Teil, ja, geht ja nochmal 75%, weil natürlich, ne, dieser Kuchenmodell, an die Halter der NFTs, ne, und das heißt, tatsächlich gehen hier von, also, schätzungsweise nochmal, äh, drei Viertel raus, das heißt, nur noch ein Viertel bleibt tatsächlich drin, und dann wäre natürlich die Rendite viel, viel geringer, und ich meine, da im Discord hat jemand geschrieben, äh, bei 300%, also APR wäre aktuell die Rendite, nach aktuellem Rechenmodell. Ja, wir werden sehen, und APR bedeutet auch immer Inflation, ja, das muss man einfach im Hinterkopf behalten, und egal, wie gut dieses Projekt ist, wie, wie, wie schön es die Incentive ausrichtet und so weiter, das ist trotzdem eine Inflation, ja, das heißt, wenn nicht neue, ne, da ich meine, neunmal mehr Geld reinkommt, das ist ja der Punkt, ja, wenn das Projekt bei dieser Prozent bleibt, ja, dann wäre es theoretisch, wenn sich der Preis nicht verändert, bei neunfach von jetzt aktuell 2 Milliarden, also 18 Milliarden, ja, TVL, und da könnt ihr selbst vielleicht abschätzen, ob das da, ne, wirklich realistisch ist, und, ja, das ist die Emission, kommen wir zum nächsten Punkt, da haben wir, ja, ja, habe ich nochmal kurz was aufgeschrieben, je früher man lockt, ne, also diesen Solid Token lockt, desto günstiger ist es, prozentual an der Emission beteiligt zu werden, was bedeutet das? Naja, weil die eben jede Woche neue Token herausgeben, ne, ist natürlich die gesamte Anzahl der Token, der im Umlauf ist, mehr pro Woche, ja, und wenn du da eben prozentual an der gesamten, ne, Emission beteiligt werden willst, äh, nicht an der Emission, ach, an dem Fies natürlich, ja, an dem Fies und an der Emission, muss ich einmal korrigieren, also, warum an dem Fies, werde ich gleich in dem nächsten Bild euch zeigen, Emission ist natürlich, ne, das, was ich eben erzählt habe, dieser Kuchen, ja, ihr wollt natürlich bei zukünftigen Emissionen auch eure Prozente behalten, ja, und deswegen müsst ihr ja locken und wenn ihr gelockt habt, bekommt ihr eben zusätzlich, ne, das sieht man in der Tabelle schon nach zwei, drei Wochen, ne, sieben Prozent mehr Token und das ist der Punkt, wenn ihr, sag ich mal, heute, ne, vor der nächsten Ausschüttung Token kauft, sag ich mal, es sind 100 Token auf dem Tisch, ja, ihr müsst nur ein Token kaufen, da habt ihr ein Prozent von der gesamten Emission, ne, wenn ihr aber wartet, ne, eine Woche später, also, sag ich mal, in drei Tagen ist da die Emission, dann sind, sag ich mal, grob gesagt, 200 Token auf dem Tisch, ja, das heißt, wenn ihr dann, ne, ein Prozent von der gesamten zukünftigen Emission haben wollt, müsst ihr an der Stelle schon zwei Token kaufen, um dorthin zu kommen, ja, um diese ein Prozent, ne, weitere Ausgabe zu bekommen, das heißt, es empfiehlt sich zumindest, wenn man da, ne, in das andere Projekt glaubt oder zumindest, ne, die Fies und Emission abgrasen will, möglichst früh die Token zu locken, ja. Der zweite Punkt ist natürlich bei der Emission, das Gleichgewicht, ja, das Gleichgewicht, ähm, wo, wo praktisch, ja, die Anzahl der Gelockten und Anzahl der, ne, eben, auf dem Markt frei verfügbaren Token, wo der sich ausbalancieren wird, das weiß man nicht, denn das Problem beim Lock ist, äh, der Vorteil ist natürlich, ihr bekommt diesen Bonus, ja, Emission und Fies, der Nachteil ist, ihr könnt die Dinger nicht loswerden, ja, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt mein Kapital woanders, ja, aber ich habe hier 20.000 oder 2.000, ja, in den Solid Token gelockt, wie wollt ihr diese 2.000 rausbekommen? Die kommt, die bekommt ihr nicht raus, das ist der Punkt, ja. Es sind NFTs, NFTs sind hochilliquide, ja, das muss man immer im Hinterkopf behalten, auch wenn, bei so einem großen Projekt, das heißt, wenn ihr niemanden findet, ja, der euch euer NFT abkauft, ja, auch wenn ihr den Preis weiter runter setzt, werdet ihr erstens viel Verlust einfahren, ja, wenn ihr schnell das Geld bekommen wollt und zweitens kann es tatsächlich passieren, dass ihr überhaupt die Dinger nicht loswerdet, weil alle das Projekt abandonen, also, ne, verlassen. Ja, das ist, äh, dieses Gleichgewicht, bin gespannt, wo der sich einpendelt. So, jetzt kommen wir zu diesem, äh, zweiten Abschnitt, ja, diese NFTs, Voting und Inzentivierung, also, die NFT wie NFT, das ist ja, ne, wo die auf der Seite bezeichnet ist, steht für Vote Escrow, also praktisch, du kannst damit abstimmen und deine, praktisch deine Solid-Token werden an der Stelle für dich gehalten, ja, also, Zwischenhandler, Treuhändler, sowas in der Art, ja. Das heißt, Solid-Token locken, ihr bekommt dafür V-NFTs, ja, und, ähm, das ist von der Seite selbst, je länger die Periode ist, wo ihr dieses Token lockt, desto höher ist der, ne, dieser Wechselkurs, nämlich ein V-NFT, steht für ein Voting Power, ja, praktisch ein V-NFT und wenn ihr praktisch kurz lockt für ein Jahr, bekommt ihr nur ein Viertel so viel Voting Power. Voting Power ist natürlich proportional dazu, wie viel Emission ihr bekommt und wie viel Fees ihr bekommt, da kommen wir auf der nächsten Folie dazu. Und, ähm, alle Protokolleneinnahmen, ja, gehen an die Locker. Da gucken wir uns auch gleich ein Bild an, das ist einfacher zu verstehen, ähm, mit Bribes. Bribes, ne, das seht ihr auf der Seite, die sieht etwa so aus, ja, können die Protokolle, oder die Drittprotokolle, oder die Pools, Leute dazu animieren, für diese Pools abzustimmen, ja. Und, ähm, die Bribes, ne, einmal die Woche, wenn eben die Auswertung stattgefunden hat, werden die auf null zurückgesetzt und die bisherigen, äh, Bestechungsgelder werden dann verteilt an die Voter, ja. Und die Voter sind natürlich die, die die, äh, Token halten, ne, das heißt, an der Stelle können wir tatsächlich hier ergänzen, die Fees, die Emission und die Bribes, also die Bestechungsgelder, sozusagen, ja. Es ist eine legale Bestechung, weil es offen ist, ne. Jeder kann sehen, wie viel Bestechungsgelder drin sind, ja, zwar an dem, an der Stelle haben wir hier, oh, ziemlich viel, ne, über eine Million an Bestechungsgelder für eine Woche, ja, muss man sich mal angucken. So, und NFT können nicht vor Ablauf der Frist zurück in Solid getauscht werden. Das ist ganz wichtig, das ist NFT. ne. So, jetzt kommen wir auch zu der Grafik und das ist auch, was viele gefragt haben, ne, weil das Modell relativ schwer zu verstehen ist. Also, wir haben natürlich die AMM, ja, das ist, äh, das Herzstück von die Solidly immer noch, ne. Der bewirbt ja mit extra niedrigen Fee, also 0,01 Prozent, ja, Wechselgebühren und eben sehr, sehr hohe Liquidität für alle möglichen Pools. So, wie machen die das? Also, für erstens, ne, die normalen Swapper, also die Menschen oder die Trader oder was haben wir, ja, die können hier hingehen, das Protokoll nutzen, ja, die nutzen das Protokoll zum Wechseln, zum Tauschen zwischen zwei Währungen und bezahlen dafür natürlich das 0,01 Prozent Fee, ja. Das heißt, das geht an das Protokoll, das Protokoll sammelt, sozusagen, als Bearbeitungsgebühr, ja, für die Leute, die das Protokoll nutzen. So. Also, wohin geht jetzt die Bearbeitungsgebühr, fragt ihr euch? Normalerweise bei früheren Protokollen, ne, geht die Bearbeitungsgebühr meistens, sag ich mal, zu 80 Prozent an die Liquiditätspools, ja, und zu 20 Prozent an das Team oder, ne, an das, äh, an die Treasury oder sowas in der Art, ja. Aber bei denen ist es so, dass die Fees komplett an die Locker gehen. Locker bezeichnet praktisch die Leute, die ein Solid-Token gelockt haben, ne, in Form von NFT. Also, äh, kann man auch NFTler sagen oder NFT-Solidler oder Locker an der Stelle. Ich, ich sag einfach Locker, ab sofort ein bisschen, ne, Locker sind immer die, die ihren Token gelockt haben und gevotet haben. So. Und die Locker können an der Stelle, ne, äh, die locken ihren Solid-Token und voten, wohin die Emission geht. Emission ist praktisch diese wöchentliche Neuerzeugung von Solid-Token, ja, die durch das Protokoll selbst stattfindet. Egal, ob jemand, ob dieser User, ob die Leute gibt, die das Protokoll benutzen oder nicht, die Emission findet immer statt, ja. Ganz unabhängig von der Nutzung. Die Fees ist natürlich abhängig davon, wie viele Leute das benutzen, ne. Je mehr Leute das benutzen, desto mehr Fees fallen an, ja. Und die Emission geht natürlich an der Stelle, also das sind Solid-Emission, ja, neue Solid-Token, an die Liquiditätsprovider. Das heißt, wenn ihr dort hingeht, Liquidität bereitstellt, bekommt ihr einmal die Woche diese Solid-Emission, ne, neue Solid-Token. So, und jetzt haben wir die optimale Konstellation, das ist auch das, was, ne, wahrscheinlich dem vorgeschwebt hat. Nämlich, dass die Leute, die Liquidität selber providen, ne, die nämlich die neuen Token auch bekommen, auch selbst locker sind, ne. Das heißt, was machen die? Die stellen Liquidität zur Verfügung und deswegen, ihr müsst den Token nicht kaufen, ne. Ihr könnt einfach Liquidität bereitstellen auf der Plattform und nach einer Woche, sobald die Solid-Emission stattgefunden hat, ja, bekommt ihr natürlich die Solid-Token, ne. Den könnt ihr direkt locken, ne. Und voten für, am besten natürlich für den Pool, wo ihr selber drin seid, ja, sonst macht es nicht viel Sinn. Ihr votet, wohin die Emission geht, ne. Und am Ende, wie gesagt, eines Zyklus, eine Woche, wird natürlich sowohl die Solid-Emission als auch die Fees an euch gehen, ja, weil ihr natürlich, ne, gewotet habt. Wichtig ist hier zu, zu wissen, man bekommt nur dort Fees, wo man auch gewotet hat, ja. Das heißt, ich kann nicht in, da ich mal in den, äh, USDC-DiePool voten, ja. Und, ähm, selber bin ich, äh, bin ich im Pool, keine Ahnung, X, X, X und Z, ja. Das heißt, da bekomme ich dann nicht die Fees von, äh, von diesem anderen Pool, ja. Man muss dort voten, also man kriegt nur dort die Fees, wo man auch gewotet hat, ja. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich lasse es einfach mal so stehen, ja. Das heißt, ne, ihr solltet schon dort voten, wo ihr auch denkt, äh, das, das ist ein guter Pool, ja, dass, äh, dort die meisten Fees anfallen. Es bringt also nichts, hier ein, da ich mal mini-Pool oder riesen-Pool zu voten, wo kein Fees stattfindet, ja. Das ist der, der Sinn zwischen dieser, ne, Voting und Fees. Denn, stellt euch vor, ihr habt einen Pool, der heißt, der heißt, der heißt Shiba gegen, ähm, ähm, äh, USDC, ja. Oder Shiba gegen, äh, Baby-Sheep, ne. Und da findet keine einzige Transaktion statt, weil kein User, ne, auf die Phantom kommt, um hier Shiba oder Baby-Sheba zu wechseln, ne. Ihr wisst ja, die sind ja auch Ethereum oder BSC. Also fällt natürlich an dem Pool auch keine Fees an, ja. Die Fees sind nicht universal auf alle Pools verteilt, sondern die sind getrennt. Jeder Pool, der Fees für jeden Pool ist nur für diesen Pool selbst, ja. Die werden nicht auf andere Pools verteilt. Das heißt, ihr könnt natürlich auf den Shiba-Pool voten, ja. So viel wie ihr wollt, ja. Oder auch eine große Wahl kann auf Shiba-Pool voten. Wenn dort aber keine Fees anfallen, dann sind natürlich die Votes umsonst gecastet, ja. Das heißt, ihr habt praktisch euer Vote verschwendet für einen Pool, wofür ihr nichts bekommt, ne. Denn, ja, was, also das Einzige, was ihr bekommt, ist vielleicht die Solid-Emission, ne, für die Liquidity-Provider. Weil ihr vielleicht eine Wahl gewesen seid, ne, und auf dem Pool gevotet habt, da bekommt ihr die Solid-Emission. Und das ist ja auch, spielt auch in diese erste, ne, ganz am Anfang zurück, wenn die eben viel gelockt sind, ja. Das heißt, dann wird ja die Emission geringer, ja. Das heißt, nur vom Liquidity-Providing und ohne richtig zu voten oder richtig zu locken, habt ihr dann immer weniger Incentive, ja, Liquidität bereitzustellen. Ja, das ist das. Und, äh, jetzt haben wir auch, habe ich extra für euch auch ein Worst-Case aufgebaut, ja. Das Ganze ist nicht ohne Risiko. Definitiv, nachdem ich eben, wie gesagt, heute ziemlich lange mich beschäftigt habe, ist mir auch dieser Fall eingefallen. Also Locker, ne, und LP-Provider sind nicht gleich, ja. Die haben unterschiedliche Motivation, ne, das sieht man hier. Locker wollen natürlich einen Fees verdienen und voten entsprechend auch dorthin, wo die meisten Fees anfallen, ja. Liquidity-Provider aber, also Locker leben von Fees und Bribes. Liquidity-Provider leben von der Emission, ja. Das heißt, die Emission, ne, die findet immer statt und, ähm, dafür und davon leben die Liquidity-Provider, so. Und jetzt, wenn Fees und Bribes überproportional hoch sind, ne, ne, nämlich gut für die Locker, ja, an der Stelle, werden natürlich immer mehr Leute sagen, hey, warum sollte ich Liquidität providen? Ich kann doch einfach meine Liquiditäts, ne, das sind ja meistens einfach irgendwelche zwei Token, die tausche ich einfach alle um in Solid, ja. Tausche, lock die Solid, die ich umgetauscht habe, ja, in NFTs, pack die NFTs, äh, vote mit den NFTs in den größten Pool, wo die meisten Fees anfallen oder wo die meisten Bribes sind und verdiene dadurch, ja. Erstens habe ich kein permanent Loss-Risiko zwischen zwei Token, zweitens kann ich viel mehr verdienen als Liquiditäts-Provide, ja. Das wäre dann der Fall. Und was bedeutet das? Naja, immer mehr Leute locken, ja, statt Liquidität zu providen. Es gibt, ne, je mehr gelockt sind, desto niedriger ist die Emission, ne. Ihr wisst, diese beiden gehen, äh, antiproportional. Immer weniger Emission bedeutet natürlich, immer weniger Leute haben Lust Liquidität zu providen, weil die verdienen dadurch nichts mehr, ja. Also gehen die da raus, ähm, und, ne, keine Liquidität mehr. Weniger, was bedeutet wiederum weniger Liquidität? Das bedeutet, dass die Pools kleiner werden. Die Pools werden kleiner, wenn die kleiner werden, wird natürlich der Spread größer, ja, oder die, das ist überall, ne. Je größer ein Pool ist, je tiefer der Pool ist, ja, desto besser sind die Wechselkurse. Und, ähm, schlechtere Wechselkurse bedeuten natürlich, dass weniger Leute hier hinkommen, auf Solidly, um hier zu wechseln, sondern gehen lieber woanders, Spirit oder sonst wo, um dort zu wechseln. Und weniger Stop heißt auch wiederum dann weniger Fees, ja, die verdient werden. Und weniger Fees bedeutet, naja, die Leute, die, ne, dritte, Drittparteien, die sagen dann, warum soll ich da briben, wenn da sowieso kein Fees anfallen oder so wenig Fees anfallen? Ja, ich stecke da vielleicht 50 Dollar an, ne, Bestechung rein, das ist, ne, das ist das meiste, das höchste, was uns, sag ich mal, an der Stelle, äh, zusteht oder, ne, wertig ist. Und weniger Fees heißt weniger Bribes, weniger Bribes heißt weniger Motivation für die Leute zum Locken, ja. Denn wenn das runtergeht, die Fees und Bribes runtergehen, werden natürlich die Leute, die wenige Leute, die an der Stelle noch Liquidität providen, ja, die werden sagen, okay, warum soll ich, ne, die Solid-Token, die ich, äh, emissioniert bekommen habe, locken, ja, denn davon habe ich nichts, ja, davon verdiene ich zusätzlich nicht mehr, viel mehr, also verticke ich die lieber auf dem Markt, ja. Und das erzeugt natürlich Verkaufsdruck zusätzlich für den Token. Und die, die natürlich schon gelockt haben, ja, die sagen, ja gut, hier sitzt mein Kapital fest, solange, ne, der Token noch relativ teuer ist, ja, dampfe ich meine Token, also nicht meine Token, sondern meine NFTs auf dem NFT-Markt zu unterirdischen Preisen, ja, und, äh, wenigstens habe ich dann, ne, bin ich die Dinger noch los, bevor die wertlos sind, ja. Und, äh, ja, das Ganze geht dann wieder zurück zum ersten Liquiditätsschwund und so weiter und so fort, ja. Das wäre natürlich der Worst Case. Sollte man im Hinterkopf behalten, ja. Ist nicht unmöglich, ich sehe zum aktuellen Zeitpunkt nicht der Fall auftreten, aber man weiß es nie, ne. So, und wir haben jetzt die offenen Fragen, ja, unter anderem die, ne, von, von der zweiten Seite, die ich am Anfang euch gezeigt habe, wie ist die wöchentliche Verteilung gestaltet, ja. Ja, das heißt, ne, reicht es, wenn ich, sag ich mal, kurz bevor, ne, diese, diese Woche zu Ende ist, der Zyklus zu Ende ist, mir die, die Token, ne, beschaffe, die locke, die vote, vote abgebe, ja, und dann praktisch die, ähm, na, die, die Fees und die, äh, Bribes bekomme, oder, ne, ich könnte ja danach direkt meine NFTs wieder verticken, ja. Ja, das heißt, ich habe einen minimalen Verlust zwischen Kauf der Token und vielleicht Verkauf der NFTs, ne, wenn die NFTs natürlich unter dem Kaufpreis liegen, kann natürlich auch sein, dass die NFTs über dem Kaufpreis liegen, ja, und, ähm, und da, aber verdienen dann massiv an den Bribes und an den Fees, ja, die da wöchentlich ausgeschüttet werden, also, ne, dazu konnte ich leider nichts finden, ob, wie diese Verteilung berechnet wird, ja, ob da eben, ne, zu mehreren Zeiten, zusätzlichen Zeiten während der Woche Snapshots gemacht werden, oder ob das, äh, einfach, ne, am, am Ende der Woche, also, eines Zyklus gemacht wird. Der zweite Punkt ist natürlich, ähm, wo gibt es, wo findet man, ne, ne, das ist nicht nur für euch, sondern ihr könnt euch auch gerne dazu erkündigen, also, ich, ich bin auch auf der Suche nach diesen Infos, ähm, wo gibt es Statistiken dazu, wie viel Prozent der aktuell schon herausgegebenen Solid-Token gelockt sind, ja, klar, man, ne, ich habe ja selbst auf der Chain das, äh, gefunden, ja, dass 20, 25 Millionen gelockt sind, ja, ähm, der Token, ne, wo habe ich das, ja, circa 25 Millionen gelockt, das könnt ihr hier unter dieser Adresse sehen, aber, ne, ähm, wie viel Prozent von insgesamt der Token, die im Umlauf sind, ja, das ist die Frage. Und, eben, ne, das passt ja, A plus B ist natürlich C, ja, das heißt, C ist natürlich die Gesamtanzahl, ne, der im Umlauf sich befinden, minus natürlich die gelockten, wären natürlich die, die frei in der Zykulation sind, ja. Ja, und dann die letzte Frage, das bezieht sich auf diese, ne, Folie, zweite Folie oder dritte Folie am Anfang, nämlich diese reduzierte Emission, ne, ihr wisst, wenn 80 Prozent der Token gelockt sind, ja, ja, es findet ja, ist die Emission ja nur noch 20 Prozent so hoch, wie das sein sollte, so. Und damit aber diese Kuchenmodelle, ne, dass die, die gelockt haben, diese 80 Prozent, ne, in Form von EFT weiterhin ihren Anteil bekommen, müssen ja eigentlich von den sowieso schon reduzierten Mengen der Emissionen nochmal 80 Prozent abgehen oder zurückgehalten werden, ja, praktisch für die NFT-Halter, ja, damit die, wenn die, sag ich mal, eines Tages oder auch morgen, ja, vielleicht ist ja morgen der Tag, wo die vier Jahre abgelaufen sind, ja, dass die dort ihren NFTs zurücktauschen können, ne, in die Anzahl an Token, die für die zurück da sein sollten, ja. Das heißt, werden diese tatsächlich von der Emission nochmal rausgenommen und irgendwo reingepackt, in einen Block, in einen Smart Contract irgendwo oder werden die auf den Markt geschmissen, ja, das ist die Frage. Ja, das sind die drei offensichtlichen Fragen, die ich noch hatte und als Abschluss für das Ganze, ja, es ist ein hochinnovatives Projekt, das habt ihr ja gesehen, ja, es ist, ähm, viele, es sind viele neue Elemente dazugekommen zum traditionellen Farming, ähm, es ist aus meiner Sicht immer noch ein Hochrisikoprojekt, ja, auch wenn die mit Immunify zusammenarbeiten und ich glaube, halber Millionen, ähm, Bonusgeld für jeden, äh, der einen Bug oder, ja, einen kritischen Fehler findet, ausgeschrieben haben. Das heißt, es ist kein Audit da, ja, es ist ein komplexes Projekt, das heißt auch, wenn man sagt, André Coyle ist ein guter, ähm, Coder, ja, oder, ähm, ist sehr gut, kann man nicht wissen, ja, ob da noch Fehler drin sind. Und zu Langzeitdaten haben wir keine Daten, ja, es ist gerade erst gestartet, das heißt, wo tatsächlich, äh, das, äh, dieses Gleichgewicht gefunden werden kann, das müssen wir erst in den nächsten Wochen oder sogar Monaten sehen, ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Was auch bekannt ist, ist natürlich die ersten Wochen, ne, aktuell definitiv, ja, ähm, ich habe zum Beispiel in den letzten drei Tagen auf Solidex, dazu mache ich auch noch ein Video, ähm, ähm, ich glaube drei, vier, also circa 1,3% pro Tag, ja, an Rendite gemacht, das heißt, äh, und das für die großen Paare, wie Tomp, Tomp, ähm, FTM, Phantom und, äh, zum Beispiel auch Stablecoin mit dem USDC, glaube ich, da waren 19 oder 20% oder so, ja. Ähm, und, genau, und eins kommt noch, ne, ähm, zusätzliche Videos zu diesem ganzen Solidly, ja, wir sind hier noch lange nicht fertig, da kommen noch einiges dazu, ja, vor allem Drittplattformen, ja, da gibt es ja einiges, wie man die ausnutzen konnte, kann oder könnte, um noch mehr Wissen zu verdienen. Und das Wichtigste ist das Ganze nur meine eigene Recherche, mein Verständnis, ja, es können auch komplett fehlerhaft sein, daher nicht, ne, einfach drauf losreagieren und reininvestieren und erst selbst das Ganze verstehen zu versuchen, ja. Ich kann auch euch empfehlen, selbst Videos darüber zu machen oder Podcasts oder was auch immer, ja, ähm, denn durch die ganze Recherche und durch das Video machen hilft es auch mir selbst, ja, wenn man anderen Leuten davon erzählt, das Ganze zu verstehen, ja. So, und die Quellen, wie immer, ja, werde ich euch unten alles, ähm, in die Beschreibung reinpacken, könnt ihr gerne nochmal durchklicken, ja, sind, ähm, interessante Sachen dabei, vor allem der Epoch-Converter, ne, wenn ihr auf dem, ähm, auf dem Blatt, auf den Seiten geht, ich mach das einfach mal auf, ja, genau, und dann könnt ihr jetzt auf den Contract gehen und zum Beispiel den Token-Query machen, gebt ihr einfach eine Token-Nummer ein, das kann eure eigene Token-Nummer sein oder auch, ähm, irgendeine andere Nummer und dann bekommt ihr nämlich, Nein, das war nicht das Feld, wo ich gesucht habe, äh, war das Slope, Point, History, Ownership, Token, Name, Token, Locked and Locked, war das hier? Genau, bei Locked bekommt ihr nämlich, ne, die Anzahl der Token, die dieser NFT mit der ID 21 am Ende der Tage, nämlich zu diesen Uhrzeit bei der Einlösung bekäme, ja, das, da müsst ihr 18 Stellen abziehen, weil das ist grey, ja, das heißt 18 Nullen oder, da ich mal die letzten 18 Stellen einfach abschneiden, dann wärt ihr bei 598.840, ja, aber was ist das für eine Uhrzeit? Da könnt ihr diesen Epoch-Converter benutzen, den hier euch verlinken werden, ja, die, das ist nämlich Unix-Time, ähm, und den kopiert ihr einfach hier rein und der zeigt euch, was das ist, nämlich 19. Februar 2026, also 19. Februar in vier Jahren. Ja, das sind die Links, ähm, wird das in die Beschreibung, wird definitiv in die Beschreibung für euch gepackt, wie immer, ja. Denkt dran, Daumen hoch, Daumen runter, kommentieren, abonnieren und vor allem, ja, ähm, dranbleiben und, äh, selbst nachforschen und alles nachfragen. Mein Name ist Xi aus dem Crypto Café, ciao, ciao.